Hier möchte ich euch MatataLab vorstellen. MatataLab, wie man vor der Optik sieht, ist ein Programm, mit dem schon kleine Kinder ab vier Jahren etwa programmieren lernen können. Man legt das Programm hier hin. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, sieht man, man bewegt sich einen Schritt vorne nach vorne oder ich mache eben einen Schritt nach vorne und bewege mich nach rechts. Das ist wieder schwierig der Perspektivwechsel für ein Kind. Ich kann hier aber deutlich komplexer werden. Ich kann das Ziel als Fahnen hinstellen. Ich kann bestimmte Wege zumachen und das Ganze so komplizierter machen, sodass die Programme länger werden müssen und es schwieriger wird, sie zu durchdenken. Eine schöne Sache, die man hier auch machen kann, sind die Schleifen. Wir haben hier eine Zählschleife. Ich baue mal eine Schleife, wo er viermal nach vorne fährt und sich dreht und dementsprechend ein Quadrat abfährt. Das ist aber noch nicht alles, was MatataLab kann. Ich kann mit MatataLab Funktionen definieren. Das heißt, ich lege das Ganze jetzt mal nach hier unten und diese Funktion kann ich jetzt hier oben aufrufen. Das heißt, ich kann ihm sagen, fahr doch bitte mal ein Viereck. Danach fährst du zwei Filme nach vorne und dann fährst du nochmal ein Viereck. Also, dass wir später in der Oberstufe einen Methodenaufruf nennen würden, können wir hier als Funktion schon zunächst die Methode definieren und dann die Methode schreiben. Das heißt, wir haben hier die verschiedensten Strukturen, die es auch in der Informatik im Realleben gibt. Über ein Zusatzpaket können wir noch einen kleinen Aufsatz draufsetzen, der entscheidet, ob er vor einer grünen oder einer roten oder einer blauen Pfanne steht. Und damit die bedingte Verzweigung einbauen und damit können wir eigentlich alle Grundstrukturen, die es in der Informatik gibt, hier abbilden. Wer das Ganze noch ein bisschen hübsch gestalten will, kann hier auch ein kleines Häschen rauszaubern, damit nicht mehr das Ufo durch die Welt fliegt, sondern der kleine Hase. Am Ende, hier fährt, wenn ich das jetzt etwas geschickter drauf mache, sieht man auch die Augen vom Hasen und dann funktioniert das Programm genauso. Wer es richtig schwer haben will, da gibt es ein Winkelpaket zu und eine sehr schöne Spielerei. Hier oben kann man einen Stift durchstecken, dann nimmt man ein weißes Blatt Papier und dann kann man hier Winkel unter die Drehungen setzen und darüber dann malen. Und wenn man dann mal versucht, so ein Haus vom Nikolaus nur anhand von Beschreibungen zu machen, dann merkt man, das ist nicht nur für Vierjährige, sondern das geht dann auch wirklich in die Grenzen von geistigen Fähigkeiten von Erwachsenen. Wenn euch das Video gefallen hat, werden euch rechts zwei weitere Videos vorgeschlagen oder ihr könnt links unseren Kanal abonnieren. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr vorbeikommt und alles einmal live anschaut. Wir freuen uns natürlich auch, wenn euch das Video gefallen hat. Wir freuen uns natürlich auch, wenn euch das Video gefallen hat.